machen wir erstmal nahrung auf so auf wenn das jetzt gar nicht richtig stimmt aber sondern können wir noch einmal rausschmeißen so dann flitzen wir mal schnell rüber essen sauerstoff flasche habe ich alles mit und dann gucken wir mal hoffen wir mal dass hier ich vielleicht einen samen finde da haben schon mal eine kiste sauerstoffmultiplier 150 prozent 200 prozent na bitte na wenn das sich mal nicht gelohnt hat ich hoffe dass auch was bringt da ist noch eine kiste da ist noch eine kiste wie komme ich denn dahin kann man sich dupen man kann sogar die trimme zerlegen das ist ja cool so nein einmal essen haben wir noch drin noch mal so ein multiplikator aber dass das hier kürbiskern und dann nehmen wir noch einmal eisen wird so cool hier gibt es ja so viel kann man dazu legen halt ich habe sauerstoff halt bevor ich einmal draufgehe sauerstoff wasser essen essen heißt doch gar nicht so voll siehste und dass ich aufgepasst habe dass ich so jetzt müssen wir noch mal gucken was das mit diesen 200 prozent jetzt war ich da jetzt was bauen kann oder was ist hat diesen samen egal da kann ich mir jetzt noch zwei fünf so ne drei vier dinge da hinstellen oder müsste ja der sauerstoff bald losgehen dann hätten wir ja bald einen blauen himmel freue ich mich ja also wie gesagt als ich die bilder gesehen habe das sah so geil aus die die landschaft wie die nachher aussieht und hat nachher alles so grünlich aussieht nachher schön ich hoffe bloß das was er nicht bis hierher kommt ansonsten haben wir wirklich die arsch gerade so da gucken wir mal 200 prozent solle ich die pflanze lieber rausnehmen hier ja aber ich nehme die mal raus dann baue ich noch mal so ein ding da rein das sind 150 prozent 200 prozent dann müsste man ja ja guck mal wieder sauerstoff hoch geht wo war hier hier ist fortschritt okay ich würde sagen ich baue noch so ein ding eis eis und silizium eis eis und silizium gut dass ich da reingegangen bin dann müssen wir zu dem anderen raumschiff auch noch mal hin und ich denke mal bevor das hier alles unter wasser steht müssen wir wahrscheinlich noch mal in das raumschiff ist ja was ich glaube ich baue gleich zwei so eine dinge wir haben ja noch genug jetzt diese samen hier kann man die dinge ja nicht hinsetzen das geht nicht ein bisschen quatschig dass man diese dinge nur in dem haus bauen kann wohnabteil glas kommunikations antenne okay ich hätte erst mal davor bis ich das bis ich das sondern nochmals 200 prozent dann baue ich hier vielleicht noch mal nebenrand war da mal glasabteil was war das überhaupt eben ein glas boden und deckel und quatsch beruhigt nicht und quatsch brauchen ja weil das bräuch vielleicht mal falls ich immer mal nach oben gehe sie ist hier vielleicht bauen wir nach oben und da können wir dieses dass da alles nach oben bauen dass wir auch noch eine möglichkeit halte mal die heizung die heizung die heizung die heizung zweimal iridium einmal aluminium moment mal aluminium hat mir doch hier silizium und zweimal iridium einmal die region haben wir nachkommen lassen wir drin war da mal hol ich wieder von hier drin da sehe ich schon einmal oder zweimal sogar weil was war noch silizium na bitte langsam kommen wir doch voran so hier haben wir noch genug für sauerstoff nachher einmal zweimal jetzt brauchen wir noch einmal silizium und dort finden wir natürlich wieder nirgends an die silizium sei aus wie eisen dieses etwas boden liegen das auch immer ne das auch hier nicht ne ne das titan also silizium sah fast genauso aus na bitte oha jetzt wird dabei hell hier draußen so eine neue heizung die stellen wir erst mal hier in die ecke oh wir haben kein strom kobalt kobalt silizium und kann man sein dass es schon ein bisschen heller wird löst sich die atmosphäre da oben langsam auf diese dichte kobalt kobalt hier haben wir silizium einmal kobalt brauchen wir noch und da haben wir noch zweimal kobalt dann machen wir gleich zwei scheiß drauf das brauchen wir sowieso noch wie verrückt ach hier das ist ja die sachen die ich gar nicht mitgenommen vorhin so schnell zurück weil die zeit bleibt stehen da oben bei 11 66 also nicht die zeit sondern ja 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 fahrt die kommt doch schon so und gleich noch einmal damit gar keine so jetzt kann ordentlich und ich wäre mir erschaffen werden wir sind wir schon bei fast sieben prozent also mit anderen worten wir bei 100 prozent sind dann haben wir dann haben wir erstmal den blauen himmel egal darauf freue ich mich schon unfruchtbar wisst ihr was ich machen werde ich werde habe ich noch eisen in der täsch ja ich habe hier noch was ich werde mal noch hier erst mal das ding hinsetzen und erstmal alles raus was ist denn das überhaupt stoff so das essen behalte ich mal noch drin und ich nehme mir noch einmal einmal sauerstoffen aber nicht wenn ich gehe noch mal in das raumschiff das muss ich razzikale razzikale leer machen sauerstofftonk 3 ach komm mach mal nachher dann haben wir noch mehr da ja dann könnten wir noch mehr noch noch länger da drinnen bleiben 175.000 und 13.000 haben wir erst so taschenlampe an und durch aber dort zu liegen hier so aber hier bitte noch irgendwo eine kiste gesehen ja genau da erst mal reingucken wie der essensstoff und so geil aber was ist denn das hier eigentlich gerade machen kann man damit vielleicht den boden ja geht los was ist denn das muss ein sitz oh hier ist eine heizung oh mensch wieso habe ich so viel gebaut ach mist wir sind voll das ist auch noch eine kleine kiste mikrochip nein 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 ich habe bloß ach kacke ich habe bloß aufs essen geguckt aufs wasser so ein mist vielleicht sollten wir hier auch mal ein bisschen sortieren da brauchen wir irgendwann mal noch mehr kisten mist jetzt habe ich nicht aufgepasst aber das essen hat er noch genommen habt ihr mitgekriegt ich habe das trinken meine ich okay noch mal schon rüber aber jetzt geht das wahnsinnig schnell da oben ich habe ich muss mal gucken was wo ging das jetzt war das mal Heizung oder war das Sauerstoff oder beides glaube ich ne vielleicht sollte ich noch so ein ding herstellen ich habe ja noch ich habe ja noch samen da ich glaube das werde ich auch tun wenn ich jetzt zurück bin ich glaube das ist nicht von das ist nicht verkehrt obwohl ich wieder quatsch ne statt ich erstmal das zeug von hier hinten hole hier gehen will ich unbedingt haben wenn nämlich erstmal bevor das hier flöten geht platz haben wir noch ich bin schon wieder voll mist nein überhaupt leben sahen was ist nicht alle lirma lirma sahen sagt überhaupt nichts okay das brauchen wir erst mal wissen das das reparieren ach zwei erforderlich okay okay dann zurück ich habe glaube ich habe gerade was gesehen von sonnen kollektoren 2 nun komm geh doch mal ja 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 wieso geht denn der nicht jetzt okay jetzt muss ich mal schnell zurücklaufen also das ist manchmal ein bisschen doof so essen haben wir mit war oh gott das andere raumschiff nachher noch durchsuchen wie voll bin ich damit damit hier immer gleich alles mit lang nehmen hier leuchtfeuer ist denn eine lampe werde ich mir auch mal her obwohl der lampe brauchen wir unbedingt eine lampe mal so dunkel ist es doch eigentlich gar nicht oder so dann werde ich erstmal schnell ne warte mal was wollte ich jetzt tun die heizung wir haben die heizung eingesammelt müssen das ja so der kommunikation ne warte mal ach nein ich habe die ja nur zerlegt na das ist ja doof aber ist egal komm wir haben ach das iridium sammle ich natürlich nicht ein ja das ist ein scheiß ich habe jetzt noch mal iridium aber ich bin jetzt wieder so voll in der tisch dass ich ich kann das kann das ablegen okay obwohl ich hätte es ja auch ja das auch darin liegen so schnell noch eine heizung bauen das kann ich ja nachher alles wieder wegreißen ach so silizium und alle nicht so fehlt mir noch war ja klar ja genau so ziel ist natürlich gerade dann so noch mal heizung na guck mal geht immer schneller und sauerstoff 8,64 pp q pro sekunde brauchen wir ja oder was soll das heißen da keine ahnung wärme ja komm mal jetzt geht der ratzifatzi ob sauerstoff könnte auch noch ein bisschen schneller gehen ich werde noch so ich werde noch so ein ding hier hinsetzen wir haben ja noch ja da haben wir noch einmal 200 prozent halt kuh eis und magnesium fehlt mir eis haben wir hier aber natürlich kein magnet die pflanze ich werde mal diese pflanze nehmen ich meine auch wenn die bisschen weniger verbrauchen wir jetzt noch was habe ich jetzt gesagt magnesium auch wenn die pflanze man muss sich wenigstens ja wenigstens einmal angucken das sieht ja schick aus obwohl eigentlich ist es ja nach schick soll das nicht aussehen ach schick kann man später machen rein einmal 200 prozent ja guck mal wird auch schneller cool aber mir fehlt immer noch sauerstoff tank muss ich herstellen sauerstoff tank 3 da brauchen wir ein titan habe ich silizium magnesium aluminium aluminium ich bin so vergesslich magnesium und silizium magnesium hab ich aber auch nur noch einmal habe ich eingelegt ja die zwei plätze habe ich noch cool dann kann ich jetzt noch länger schlecht wäre es nicht kann man auch im wasser nahrung oder nahrungszüchter kommt gleich bei 12 ppt das haben wir ja gleich aber scheiße der schafft doppelbett her so was brauchen wir unbedingt doppelbett wozu brücken doppelbett kriege irgendwann dann kriege ich irgendwann meine mut das wäre ja geil aber ich würde mal sagen ich gucke mal ob ich hier draußen noch so ein ding einmal titan brauche ich ich werde noch einmal so eine box daran bauen ich werde noch überlegen wie titan wieder aussieht so sieht titan aus und irgendwann muss ich alles mit fondament mal auskleiden naja das mit der heizung sieht jetzt natürlich jetzt ein bisschen blöd aus aber kann man ja später und hier mit der kiste aber da kann man ja später alles noch mal das würde ich dann aber offline machen hier drin aufräumen ich würde auch ganz gerne mal ein so ein ding oben drauf setzen oder unten wenn wir hier drin sieht aber schöne aus ne also ich würde ich würde sagen wenn ich hier drinne bin würde ich das auch gerne so in diesem nebel sehen wie hier naja so wie weit sind wir jetzt bei 139 eine stunde 39 ist nämlich insgesamt jetzt auf also das waren jetzt drei folgen ich würde sagen bevor wir bei den 12 00 war da ja zwölf habe gesagt ne ach komm die zwölf hier die zwölf warten wir noch kommen die zwölf warten wir noch kann ich gucken weil ich dafür brauche nein kann ich nicht so kommen die scheiße auf die warten wir noch und dann können wir endlich essen herstellen weil das wäre geil wenn ich endlich essen herstellen kann wasser haben wir noch genug hier eine wasserflasche haben wir bloß noch was ich habe doch so viel wasser hergestellt ich habe kein eismehl nein das war reisen wo mich denn das ganze eis naja ist egal na komm und 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 ja cool ich kann es endlich herstellen nahrungszüchter da ist aluminium habe ich ein nein und ich habe gerade die letzte wasserflasche für balle das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt muss ich ja noch eis holen jetzt wollte ich zum abschluss noch mal schnell das sieht geil aus ich müsste ich doch glatt doch ein glas da oben rüber machen man hat man das hier reingucken kann so nahrungszüchter nehmen wasser herstellen wird so und jetzt kann ich ja den stelle ich dann erst mal hier so schön in die ecke und ab nein ach komm wir haben ja die großen sonnen kollektoren hier wird braucht er denn obald eisen magnesium ja klar kann man kann man hier nicht was mit mit uran machen magnesium habe ich gesagt silizium eisen kobalt aluminium nein jetzt steht der strom schon wieder und ich habe schon so viel hergestellt was ist das eis titan er braucht die titan jetzt kobalt kobalt jetzt haben wir bald alles weg gebaut da hätten haben wir noch ein bisschen silizium eisen ob das müsste eisen sein hier dann haben wir hier einmal kobalt silizium und kobalt und kommen endlich wenn wir bauen ja dann bauen wir die kleinen irgendwann mal alle weg und dann machen wir nur die großen aber auch wenn die aufnahme jetzt ein bisschen länger geht egal ja und der ist jetzt größer er steht bloß auf füße aber größer so gehen wir mal ran hier und dann stellen wir auberginen ne warte mal was haben wir dann noch hier an samen virginen pilz pflanzen sie in einem gewächshaus damit sie wachsen können doch noch mehr gehabt ich habe da nicht bloß auch hier nahrungszüchter okay aber ich würde sagen das gucken muss bei der nächsten folge an wie diese pflanze weiter wächst und oh wir sind bei 18 prozent da drüben schon sehe ich gerade und dann würde ich sagen wir sehen uns bei der nächsten aufnahme wieder danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüssi 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 bis zum nächsten mal tschüssi